Aber Heilungstechnisch, ja doch. Sieht gut aus, würde ich behaupten. Farbbänder haben wir auch genug. Hm, Munition könnte ein bisschen besser sein. Aber nur ein bisschen. Aber irgendwo muss es ja schwer sein. Sonst wäre es ja ein bisschen zu lachhaft, hätten wir jetzt ausreichend Munition. Das war's mit Items. Und somit endet auch dieses Kapitel. Bevor wir uns dann diesem wunderschönen Wachhaus widmen, werde ich noch einmal einen Cut machen. Schwupps. Noch. Alles schön hier rein. Was war denn das jetzt wieder? Klau ist Kraut. Heilung. Hä? Also. Und nehmen wir gleich den... das Farbband mit. Nochmal gucken, ob hier nicht noch was liegt. Liegen Eimer und ein Seil. Das Seil ist frisch und geschnitten aus. Oh, Telefon. Oh, Telefon. Einen Moment bitte. So, da sind wir wieder. Äh, tata, Blendgranate. Und da ist ein Farbband. Schlechtes Timing für diese Telefonmenschen hier, wirklich. Ein paar Sekunden später und sie hätten den Cut erlebt. Naja. Oh, war noch was? Ich denke, das war's. Gehen wir nochmal... Das Ablegen da. Und... Jo. Hä? Wo ist mein rechtliches Farbband? Hatte ich das nicht mit rausgenommen? Nö, hatte ich nicht. Achso. Okay. Jaja. Immer diese Kleinigkeiten. Um... Jo, bitte speichern. Hier wird gespeichert. Jawohl, Leute. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal bei Resident Evil. Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil. Da sind wir wieder. Wir haben viel erreicht. Wir haben das Haus verlassen. Wir haben... ein paar Rätsel gelöst. Wir haben ein gruseliges Mädchen kennengelernt. Und jetzt sind wir in einem Wachhaus. So. Ich hab mal nicht viel dabei. Ich hab wieder Kerosin, wie ihr seht. Beginnen wir mal. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschild steht 001. Da ist eine Kiste. Und da sind Löcher. Aus Erfahrung weiß ich, dass Löcher in diesem Spiel gefährlich werden könnten. Aber wir gehen erstmal da rein. Oh, wie niedlich. Niedlich. Es ist taktisch unklug. Vielleicht die normale Waffe hier zu verwenden. Ich muss jetzt mal kurz... Ich warte gerade auf etwas. Einen Moment bitte. Das ist merkwürdig. Denn normalerweise sollten jetzt kleine widerliche Spinnen hier herausläuschen. Und mir das Leben zur Hölle machen. Aber da kommt nichts raus. Umso besser. Schauen wir uns um. Ich weiß, da hinten war noch eine Spinne. Ihr habt das vielleicht auch gesehen. Ja, eine rote Öllampe. Da fällt uns nichts Besseres ein, als sie zu entzünden, oder? Ach, wie schön. Ein sonderbarer Schatten schwebt im rötlichen Licht. Was könnte er bedeuten? Ich weiß es nicht. Ein Regal voller Weinflaschen. Billiger Wein. Ja, das macht nichts. Schmeckt auch. Mit Cola mixen. Passt. Ne, schon gut. Wir sollten hier doch wirklich nüchtern bleiben. Auch wenn es vielleicht schwer ist, das alles nüchtern zu ertragen. Naja. Anscheinend haben sie diese Minispinnen abgeschafft. Aber man sollte eine Zeit lang nicht in die Spinne laufen. Weil ihr habt ja gesehen, da ist so eine Flüssigkeit ausgetreten, die uns vergiften würde, glaube ich. Oder zumindest ein bisschen beschädigen. Okay, da ist nichts. Gehen wir zur nächsten Spinne. Halt, da liegt doch eine Kraut. Alles mitnehmen hier. Jetzt schmeißen sie uns aber auch wirklich richtig zu mit Kräuter, oder? Ein bisschen übertrieben. Ich schaue gerade nochmal hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier wäre noch was. Sorry, Leute. Ne, da war nichts mehr. Kurz noch da gucken. Ja, okay, okay. Ich höre schon auf. Ich höre ja schon auf. So. Eine Anzeige für einen Wettbewerb im Arm drücken. Ja, super. Der Sieger wird für einen Tag zum Boss der Polizei von Raccoon ernannt. Ah. Ob da Leon Kennedy schon mal sein Glück versucht hat? Wahrscheinlich nicht. Genau genommen war er ja noch nie hier. Warte mal, wo sitzt die Spinne jetzt genau? Die ist hinter dieser Wand, oder? Kann ich sie? Yeah! Das war doch mal geil. Gut, jetzt rennt sie rum. Ob mir das jetzt besser... Naja. Ein paar Billardkuchen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Aber... Chris. Sprich dich bitte aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, jetzt krabbelt dieses Mist wieder unten rum. Orange, eine Lampe. Ah, ja, ihr versteht. Verwenden wir. Sonderbarer Schatten flippen, Orangen und Licht. Das könnte ja bedeuten. Okay, merken wir unser Orange. Was war das unten? Habe ich mir jetzt natürlich nicht gemerkt. So klug wie ich bin. Da entschlüsselt sich dann eine Zahlenkombination, wenn wir uns das nochmal anschauen. Aber ich glaube, mit zwei ist es noch nicht getan. Wir werden noch ein Lämpchen anzünden müssen. Aber jetzt erstmal Spinne töten. Das lief doch mal gut. Ah, und hier kommen Minispinnen. Können die die Treppen hoch? Ich mach's mir einfacher. Ich werd den Raum kurz verlassen und wieder rein. Dann dürften die Minispinnen weg sein. Das ist tausendmal einfacher. So. Weg isse. Ein rotes Buch. Ja. Nehmen wir mit. Wir haben Lust, eine Runde zu lesen. Da 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 da. Wow. Mit rotem Einwand, die Seiten sind alle leer. Gibt es da eine Verwendung? Ich weiß es nicht. Guck mal an. Was ist denn das? Ey, ich schau's mir lieber genau an. Na gut. Es ist ein rotes Buch, Leute. Aber Chris nimmt es mit. Und Chris ist voll. Okay. Noch mehr Heilung. Also das ist jetzt langsam wirklich übertrieben. So viel Schaden kann man noch gar nicht nehmen. Ein grünes und ein blaues Kraut. Okay. Ach. Ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen vor lauter Heilung hier. Da liegt Muni. Mh. Lecker, lecker. Wollen wir natürlich auch mitnehmen. Jo. Das Spiel zwingt uns mal wieder. Beziehungsweise der Inventarplatz von Chris zwingt uns zurück zu laufen. Ja, das sind... Also das mit den Löchern verwirrt mich ein bisschen. Im Einzelnen war es so, dass ein Loch verdeckt werden muss mit einem Objekt, damit da nichts Böses herauskommt. Doch wenn ich da jetzt alles verdecke, dann komme ich ja nicht mehr auf die andere Seite. Obwohl... Vielleicht kann ich über die Kisten. Das könnte natürlich sein. Ich werde das rote Buch mal im Inventar lassen. Muni-technisch... Nein, ich bleib mal bei der... Bei der Pistole. Ich bin guter Hoffnung, dass wir bald mal wieder Munition finden. Ist doch schon doch ein bisschen länger her. Doch, ja. So, äh, Moment. Licht angucken. Das war rot. Das andere war orange. Und ich glaube, das hier wird jetzt blau, wenn ich das richtig gesehen habe. Mal gucken. Rot, nein, grün, grün. Ich werde es trotzdem anzünden. Auch wenn wir das eigentlich schon wissen. Ein sonderbarer Schatten schwebt mit grünem Licht. Ja. Ist klar, dass sie das so machen mussten. Hätten sie einfach nur die Lampen hingestellt, wäre man vielleicht nicht auf die Idee gekommen. Gewehr-Munition. So, gibt's hier noch was? Hinter der Theke vielleicht. Will er nicht hin. Hier ist nix. Äh, auch nix. Auch nix. Jo, das war's schon. Ja, das war's schon. Vielen Dank.